Also hier haben wir die AHM8 Kombi. Das ist ein Kombigerät, in dem wir waschen, desinfizieren und auch trocknen können. Wir können also Masken und Lungenautomaten in 120 Minuten reinigen, genauso können wir Helme und Rückenplatten, je nachdem, ob es ältere Modelle oder neuere Modelle sind und im Verhältnis vom Stockanteil bis zu 200 und 240 Minuten. Wie gesagt, immer gereinigt, desinfiziert und getrocknet. Das war's.